Sonita ist 16 und Afghanin. Sie lebt seit ihrer Kindheit ohne ihre Familie als Flüchtling im Iran und sie hat einen Traum. Sie will Rapperin werden. Doch dann soll Sonita plötzlich nach Afghanistan zurück und für Geld zwangsverheiratet werden. Das Mädchen ist verzweifelt. Der Film Sonita von Roxare Gaim Magami gewann beim Dockfest 2016 in München den Dockfest-Preis der SOS-Kinderdörfer weltweit. Der Preis wurde von SOS zum dritten Mal ausgelobt für Produktionen, die kindliche Lebenswelten in herausragender Weise in den Fokus nehmen. Die Filmemacherin Frau Magami nimmt uns mit zum Schicksal eines afghanischen Mädchens auf seinem Weg zu seinem Traum in den Iran. Sie zeichnet damit ein Schicksal nach, wie wir es bei den SOS-Kinderdörfern immer wieder selber und hautnah erleben. Wir haben 1,5 Millionen Kinder in unserer Obhut, in 560 Dörfern, 1800 verschiedenen Programmen und 134 Ländern auf der ganzen Welt. Sonita rappt für Frauenrechte in ihrer Heimat Afghanistan. Ihre musikalische Botschaft für Freiheit und Gerechtigkeit vermittelt sie in harten Worten und deutlichen Bildern. Acht Filme aus aller Welt waren für den Dockfest-Preis der SOS-Kinderdörfer nominiert. Eine Fachjury entschied sich für den Film Sonita. Zur Jurybegründung. Rokshara Gaim Magami gelingt die Antwort auf die Frage, was das Leben eines Mädchens wert ist und ein dokumentarisches Meisterstück im doppelten Sinn. Ihr Film bringt uns nicht nur die aufregende Lebensgeschichte ihrer jungen Heldin näher, jetzt kommt meine Lieblingsstelle, der Film beweist auch, dass Helfen gelingen und ein Film die Welt verändern kann. Die Begegnung mit Rokshara Gaim Magami wird Sonitas Leben verändern. Dabei will die iranische Filmemacherin dem Rap-begeisterten afghanischen Mädchen zunächst nur helfen, in Teheran ein Musikstudio für Probeaufnahmen zu finden. Denn als Flüchtlingskind ohne Papiere hat Sonita selbst keine Chance, weiterzukommen. Wir haben drei Millionen afghanische Flüchtlinge im Iran. Die meisten sind illegal da. Die iranische Gesellschaft blickt auf sie herab, diskriminiert sie. Flüchtlingskinder arbeiten ihre ganze Kindheit lang, oft sind es gefährliche Arbeiten. Aber ein Unfall oder sogar ein Todesfall kümmert keinen. Es sind ja Illegale. Bis letztes Jahr durften Flüchtlingskinder ohne Papiere nicht einmal zur Schule gehen. Sonitas Kreativität und Energie beeindrucken die Filmemacherin. Sie beginnt, das Mädchen mit der Kamera zu begleiten. Doch Sonitas Mutter kommt nach Teheran und will ihre Tochter zurück nach Afghanistan holen. Dort soll sie für 9000 Euro Brautgeld verkauft werden, damit ihr Bruder sich selbst eine Braut kaufen kann. Wieder redet zwecklos. Sonita ist entsetzt. Die Filmemacherin schockiert. Für mich ist das, was heute in der afghanischen Gesellschaft geschieht, eine Zeitreise in die Vergangenheit. Kinderehen gab es im Iran auch einmal, aber das ist 100 Jahre her. In Afghanistan haben schöne, talentierte und liebenswerte Frauen wie Sonita keine Chance, ihr Potenzial jemals auszuleben. Die meisten werden verkauft und verheiratet. Das tut weh. Sonitas Schicksal berührt die Filmemacherin tief. Sie beschließt, sich aktiv für ihre Protagonistin einzusetzen, statt die absehbare Misere des Mädchens als Zwangsverheiratete nur mit der Kamera zu dokumentieren. In einem von Krieg, Armut und Gewalt gezeichneten Land. Ich habe erfahren, in einem dieser Filme, die in diesem Festival gelaufen sind, dass in jedem Jahr 60 Millionen Kinder unter Kriegsbedingungen geboren werden. Und man kann sich, wenn wir hier so unsere Feste feiern, unsere Filme drehen und leben und in die Schule gehen und Bus fahren, eigentlich nicht richtig vorstellen, was es bedeutet für ein Kind und für Jugendliche im Krieg ständig in der Angst. Und das ist also der Grund auch, warum ich der Meinung bin, dass man die SOS-Kinder dafür unterstützen muss, die eben sich um solche Opfer kümmern. Der Dockfestpreis der SOS-Kinderdörfer weltweit wird gestiftet von Boer Videofilm Kunstmönchen. Dokumentarfilm klärt auf und informiert. Und Bildung ist eines der Kernthemen der SOS-Kinderdörfer weltweit. Unser Ziel ist ja, dass jedes Kind bei uns ein selbstbestimmtes Leben führen können soll. Und da gehört Bildung einfach dazu. Und Dokumentarfilm beschäftigt sich ja sehr stark auch mit den gesellschaftlichen Werten, mit den gesellschaftlichen Notwendigkeiten. Und da gehört auch Bildung dazu. Und insofern passt der Dokumentarfilm und SOS hervorragend zusammen, um eine tolerantere Welt zu schaffen, in der auch Kinder aufwachsen können und auch später die Gesellschaft aktiv gestalten können. In vielen Ländern dieser Welt geht das leider immer noch nicht, wie dieser Film ja hervorragend zeigt. Sonita ist ihrer Zwangshochzeit entkommen. Dank des Dokumentarfilms lebt sie jetzt in den USA. Eine Schule bot ihr dort ein Stipendium an. Sie will studieren und Menschenrechtsanwältin werden. Zur Preisverleihung schickte sie eine Videonachricht. Wir sind im Moment. Aber ich denke, dass das eine Veränderung kann. Wir können die Kindheit verändern. Wir brauchen eine Programme für Familien und die Gemeinschafts, und sogar für die Leidenschaft, damit die Eltern wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt für ihre Kinder. Wir brauchen auch die Veränderung, um die Kindheit illegal zu machen. Ich glaube, dass diese Auszeichnung der SOS Kinderdörfer weltweit zu diesem Film eigentlich ideal passt. Es ist eigentlich die Auszeichnung, die genau richtig ist, wenn man so will. Weil ich denke, dass der Film etwas zeigt, der etwas zeigt, was auch in ihrer Arbeit, die Arbeit der SOS Kinderdörfer weltweit, ganz elementar ist. Das heißt, die Stabilisierung von jungen Menschen, die Zurückführung in ein Selbstvertrauen, die auch gleichzeitig verbunden mit einer Form der Ausbildung, mit einer Form der Sicherheit auch. Und genau diese Elemente waren ja die, die der Protagonistin in Sonita auch gefehlt haben, die im Grunde genommen, wenn man so will, die Arbeit der SOS Kinderdörfer weltweit eigentlich auch repräsentiert. Also insofern tun sich da zwei Sachen zusammen. Dieser Preis passt eben zu dem Film, und der Film passt zu der Arbeit der SOS Kinderdörfer weltweit idealerweise. Und die werden sich gegenseitig befruchten. Davon gehe ich aus. Die SOS-Kinderdörfer weltweit versuchen, das Leben von Kindern zu verbessern. Ich hoffe, dass ich den Preis erhalte, weil auch mein Film das versucht, in Bezug auf Zwangsheiraten und Kinderehen. Deswegen bedeutet mir der Preis sehr viel. Und ich hoffe, dass der Film das Leben von afghanischen Kindern verändern kann. Ich möchte, die Kinder zu wissen, dass sie stark sind. Ich möchte, dass sie sich selbst glauben. Wenn die Kinder glauben, sie können große Veränderungen in ihrer Leben machen. Und auch in der Welt. Ich denke, dass das wichtigste ist, dass es in deinem Gehirn 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 ist. Alles beginnt mit deinem Gehirn. Freiheit ist die Möglichkeit, ein Gehirn zu vorstellen, und dann die Möglichkeit, zu arbeiten, um es real zu machen. Umso wichtiger ist es den SOS-Kinderdörfern weltweit, sich für Themen wie Bildung einzusetzen, damit Entwicklung und Unabhängigkeit überhaupt möglich werden. ein Gehirn zu schien, in der Welt kommt nicht zu tun. Und wenn man die Einladung gibt, dann ist es in deinem Gehirn. Не zu gehen, Nein, genau das ist es wichtig. Ich kann das nicht wissen, Vielen Dank.